Ein Tag im Leben eines Pinsels, let's go! Morgens erstmal den Pinsel fresh machen, dann um 7 Uhr die ersten Videos schneiden, essen und Zähneputzen. Danach habe ich einen Brief an Faber Castell für eine Kooperation geschrieben. Ich meine, wie cool wäre mein eigener Pinsel in Zusammenarbeit mit Faber Castell. Anschließend haben wir 7 Stunden lang Content gedreht, haben es dann nochmal ein tägliches Bild gemalt. Das ist das Ergebnis. Und jetzt markiert so oft es geht Faber Castell, denn wir wollen eine Koop.